Hallo liebe Zuschauer! Heute möchte ich euch meinen ersten eigenen Song vorstellen, den ich mit FL Studio 11, früher bekannt unter Frutti Loops, erstellt habe. Mein Lied heißt All I Have Is My Ecstasy und ist ein Trend-Remix eines bekannten klassischen Stückes, nämlich In der Halle des Bergkönigs von Edward Krieg, das ca. 1875 entstanden ist. Und ja, hört mal rein. . We need a Beat. Activate. Activate. Okay, let's go. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay, let's go. All these birthdays and rot presents All I have is my ecstasy Don't stop.